Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück. Heute wollen wir nochmals um, ähm, naja, ein bisschen was mit Membern machen. Und zwar wollen wir jetzt heute nochmal den Tutorial-Bot benutzen, weil es nicht wirklich eine endgültige, fertige Anwendung sein wird, sondern weil ich euch einfach nur was zeigen möchte, wie ihr quasi den Online-Status, also wie ihr quasi eine Liste aus allen Membern habt, die online sind, ja. Dazu gehen wir mal her und sagen, okay, wenn, wenn eine Nachricht geschrieben wird und die fängt an mit, ähm, Online-Members, ja, dann wollen wir das Ganze ausführen. Das ist sozusagen der Befehl dafür. Und, ähm, das kriegen wir hin, indem wir einfach über die Nachricht, über den Autor gehen, ja. Das heißt, wir sagen hier Message.Author.Guilt, beziehungsweise noch viel einfacher, wir können einfach über den Client gehen, Client.Guilt, ähm, wobei wir hier natürlich drauf aufpassen müssen, dass wir hier die richtige Gilde, also den richtigen Server genommen haben. Ähm, da könnt ihr natürlich auch mit der Guild-ID arbeiten, die könnt ihr ja einfach ausprinten lassen, habe ich euch ja schon gezeigt, wie das geht. Ähm, aber wir nehmen uns jetzt hier einfach mal die 0. Guild, weil wir eben wissen, dass wir nur in einer drin sind, also quasi die 0. Server. Und jetzt können wir hier, ähm, drauf einfach die Member auslesen, okay. Das heißt, wir gehen her und sagen Members. Und das sind alle Member. So, jetzt habe ich hier meine ganzen Members, ist gleich, okay. Das ist, das ist jetzt quasi meine Liste an Members. Und, ähm, jetzt iteriere ich einfach durch die durch. Vor i in Members, sage ich, wenn Members, also if i, wenn dieser, wenn dieser item Member, wenn der Status von dem, ähm, nicht online ist, das heißt, äh, beziehungsweise wenn er nicht offline ist, sorry, so, ähm, also discord.status, ups, groß geschrieben, status.offline. So, wenn das nicht der Fall ist, äh, ne, beziehungsweise wenn das der Fall ist, dann will ich ihn rausschmeißen. Wenn das nicht der Fall ist, will ich ihn quasi drin lassen. Dann sage ich hier Members. Punkt, ähm, remove i, okay. Das heißt, ich entferne ihn aus meiner Liste und danach gebe ich einfach mal alle meine Member aus. Das heißt, print Members, okay. Ähm, wobei wir hier natürlich String von Members machen müssen. Äh, String von, hm, hm, schwierig. Eigentlich müsste ich durch iterieren. Okay, iterieren wir nochmal durch vor i in Members. Print String von i, ja. Okay, das heißt, einmal iterieren wir durch, schmeißen die raus, die offline sind und danach iterieren wir nochmal durch und printen sie einfach aus. Okay, ähm, wir kopieren uns das hier, damit wir weniger zu tun haben hier und sagen Online Members. So, und jetzt sehen wir hier, dass der Morpheus online ist und der Tutorial Bot sind auch beide online, ja. Den Tutorial Bot kann ich nicht offline nehmen, sonst habe ich ein Problem. Mich kann ich aber offline nehmen, ähm, und das probieren wir mal. Wobei ich, wie gesagt, in mehreren, beziehungsweise nein, halt, ich muss, ja, ich kann nicht ganz offline gehen. Ähm, wobei ich natürlich in mehreren Teilen schon, ähm, offline sein muss, theoretisch. Aber wir probieren es einfach mal aus, ob das auch funktioniert hat. So, und jetzt sehen wir hier, ah, okay, non-object has no attribute ID. Ähm, das lag leider daran, dass wir hier natürlich versucht haben, ähm, beziehungsweise automatisch auch wieder on-member update irgendwas zu tun, ja. Das ist quasi die Funktion gewesen, die mir hier um die Ohren geflogen ist. Aber wir sehen, das, was ausgegeben wird hier, sind nur noch die, ist nur noch der Tutorial Bot, ja. Das heißt, ich kann das hier gerne nochmal einfügen. Dann sehen wir, aha, es wird nur noch der Tutorial Bot ausgegeben. Sprich, das ist der einzige Member, der online ist. So eine kleine Funktion, die vielleicht gar nicht so unnötig für euch ist, die euch hin und wieder mal nützlich werden kann. Hier einfach zu sagen, hey, ich möchte mir gerne die Online-Member ausgeben lassen. Gut, und das war es schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne, wenn ihr noch irgendwas Spezielles euch wünscht, speziell für Discord-Bots oder sowas. Und dann reiche ich das ganz gerne nach. Ansonsten, äh, mal schauen, was mir schönes einfällt, was man noch coden könnte. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.